Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft ähm wir waren stehen geblieben an dem Community Raum an dem Community Raum ähm und an diesen bauen wir jetzt einmal weiter ähm mir hat ein Nutzer in die Kommentare geschrieben dass ich äh Leute in den Community Raum tun soll die aktiv sind also aktiv kommunikieren und aktiv und Haushalt nehmen ähm das war eine sehr gute Idee eigentlich ähm und deswegen wäre ich erst noch ja nein doch äh woher weiß ich auch nicht hier irgendwie immer aus Gewohnheit immer durch diesen Gang durch weil ich eigentlich nie so in den Dschungel gehe hier habe ich mich dann gewöhnen ein bisschen weiter hier zu gehen noch einmal so ein Weg hier im Bauern hätte ich hier was äh zu machen aber ich habe weniger fair ist es ist immer so lieder wirklich ich weiß nicht warum wie die ganzen Junklochs hier Junklochs Junklochs hier kommen keine Ahnung nicht doof aber ja B B Faserfalling E Faserfalling Faserfalling hier hier brauche ich noch ein Schild ähm Schild Game out A1 2 Feeds off Einfach nur und noch einmal und noch einmal ähm ein Box ähm Nutzer Einfach dem auch ich schreibe das Schild hier hin Warte 0 Ach ich habe noch Caps äh ganz kurz hier hin äh ganz kurz hier hin ähm der Nutzer wollt ihr hier rein nämlich Exmark App ähm und der Wohlkopf von den Schilderkopf ähm Finger gemacht Kuss Kuss Skull Skull owner ne Ich glaube der heißt der Text Mafia oder? Ähm ich glaube so Kuss Kuss Warte 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 1 2 und jetzt sonst noch einmal 1 so 2 so 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 7 9 10 10 10 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 16 19 20 21 21 21 22 21 22 22 der erste Nutzer steht und und dieser Nutzer hat mir auch geschrieben dass ich eventuell diesen Under-Temple, Underwater-Temple also für den Guardians der Temple da im Wasser den Boss tötete und die war auch gar nicht so schlecht ähm den haben wir auch noch nie gekillt und ich bin heute total irgendwie gar nicht bei der Sache verplapper mich so oft wie sie uns nie diesen Boss haben wir noch nie gekillt und deswegen wäre das eigentlich eine ganz gute Sache für diese Folge mal schon mal ein bisschen anfangen ähm zum Glück kenne ich diese Map sehr gut und deswegen weiß ich wo ein ähm Sample ist von ja da das war das war das war damals 136 ich folgen ich folgen in der voll anzulegen ein ooo 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 ach du Schatz oh jetzt wird er ah ne mina oee ooo 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 es ist jetzt grad richtig am Leggen ooo Was ist denn mir passiert? Naja... Da ist der Temple! Also... Den geht's hier! Freude! Ähm... Warum bin ich eigentlich gerade im Creative-Mode drin? Ist doch viel cooler im Survival-Mode! Also raus! Ich gehe aber in den Creative-Mode einfach da rein! Nein, nein, nein! Das machen wir so nicht! Ich habe geschrieben, dass ich für mehrere Folgen... ...denkühlen könnte und... ...ich denke ich, dass wir in einem einzigen Mini-Vorgil... ...wird also... ...wirken oder sowas... Das ist nicht der Sinn! Gehen wir jetzt ganz zurück oder machen wir uns... ...bisschen hier diese... ...unterwasser-Atem-Flaschen, diese Tränke, wo man... ...und länger unter Wasser atmen kann. Ich weiß aber nicht, wie man die herstellt, weil ich das noch nie gecruffelt habe, also... ...gebaut. Dafür wollte ich mir sowieso einen... ...Bausstammt, aber den habe ich, glaube ich... ...denkühlen könnte ich noch hier rumfliegen... ...ehm... ...oder habe ich da stehen, ne? Ne, war ein Zubel-Tisch. Habe ich nicht eingecraftet? Habt ihr schon mal eingecraftet? ...Bausstammt. 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 Pfff. Ähm. ... ...Wir haben keinen Baustammt gecraftet. Wie meine ich ganz sicher sogar. Vielleicht tausche... ...Ach mein Gott. Ich tausche mich, ja. Wobei... Da... ...Pอง... ...Ach. ...Bausstammt. ...Der Vertrag, dass auch irgendwie... ...- das haben wir damals gemacht also ich war bescheidbar jetzt haben wir ich hab mir genug ich hab mir so lustig aus mit diesen dings hier so ne mann 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 ok im nächsten fall kommen wir zum krummern um mein gott jetzt werden wir uns kümmern brauch schon alles zu machen damit was gewesen von der heutigen Folge Let's Play Minekraft wenn euch euch gefallen hat dann das eine positive Bewertung Abwohnen nicht vergessen und tschüss